Guten Morgen. Oh mein Gott, das ist das Problem. Willst du meinen Backenzahn wie? Nein, der Backenzahn. Ich finde sowas gar nicht toll. Vor allem, wenn mir einer ausgefallen ist, fand ich das immer richtig doof. Es ist dunkel, dunkel, kalt, nass. Es ist nicht Mama. Es ist einfach nur ungemütlich morgens. Wenn das Mama ist. Man läuft Mama sonst nicht. So, heute ist Auktionsdienstag. Wir fahren heute zum Auktionshaus und schauen uns Steine an. Wie ihr merkt, hat Mali richtig Bock. Dabei geht es eigentlich nur um sie. Weil... Ich mag Steine. Sie mag Steine. Also falls ihr ein paar Kiesel habt, die ihr uns schenken könnt, schickt einfach mal, was ihr so findet auf der Straße. Ne, Mineralien. Die geht natürlich um Mineralien. Das war jetzt sehr professionell von ihr. Steine anschauen. Und die bieten da einen großen Posten an. Und das wollen wir uns dann gerne mal anschauen. Denn, wie gesagt, Mali ist es gerade auf so einem Trip, dass sie sich aus dem Internet sündhaft teuer Steine bestellt. Blumen. Na ja. Jetzt sind Blumen dran. Okay, dann lassen wir das bleiben mit denen. Jetzt gucken wir uns Blumen an. Mann, Mali ist, ey. Das ist doch schwer. Ja, da jetzt noch ein bisschen Zeit ist, bis die Auktion beginnt. Und da immer ein Haufenweise auch aus den Regalen noch geklaut wird, fahren wir jetzt nicht gleich früh hin und schauen uns das an. Weil, ab 10 Uhr ist erst Versteigerung. Und dann gehen wir natürlich kurz vor 10 Uhr erst hin. Weil dann sieht es so aus, das Regal, wie man es eventuell eine halbe Stunde später auch noch vorfindet. Deswegen sind wir jetzt hier noch in Zielenhof unterwegs und ich schaue mir einen Bürostuhl an. Ja, wie gesagt, mein Bürostuhl hat es ja leider kaputt gehangen. Jetzt schaue ich mir einen anderen kaputten Bürostuhl an. Ich bin ja auch doof eigentlich. Aber ja, egal. Bestimmt ist er das. Der kommt doch schon so, angerufen. Der Asi muss mit. Ja, ja. Den wollte ich direkt in der Kita lassen. Nein. Der ist Sonnenklaut. Der ist schon drin. Ist schon drin? Ja. 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 Siehst du mal, du weißt ja immer ja nicht, was hier mal alle drin war. Krass. Wir haben mal Glück gehabt. Weil alle gedacht haben, das ist eine Fälschung. Krass. Ich liebe so Industrieanlagen. Ja, geil. Was haben wir jetzt? Einen originalen Vitra haben wir jetzt für 200 Euro. Oh. Allerdings müssen wir ihn vernünftig beziehen lassen. Also richtig mit. Vernünftig halt. Wir haben eine Kroko-Optik drauf gemacht. Und das? Rot. Rotes Kroko. Wer hat es schon mal gesehen? Wer hat es schon mal gesehen? Wer sind diese Feuerwehrkrokodile? Die Feuerwehr? Oh Mann, ich sag euch, ey. Hätte ich nie gedacht, das ist eine Fälschung. Ist es aber nicht. Hä? Der hat viel geredet. Ja, der hat viel geredet. Aber hast du dir seine Augen gesehen? Nee. Gut. Ich bin jetzt aufgeregt da oben. Ich hab mich da jetzt so gefühlt, als wenn ich jetzt nicht unbedingt sagen müsste, wo ich arbeite. Nicht schlecht. Subtil, aber nicht schlecht. Na, aber wärst du überhaupt bereit, den ganzen Klumpatsch zu nehmen? Nee, was? Eigentlich nicht. Lieber nur so zwei, drei Sachen rausgucken. Schöne Notiz. Die Steine waren? Äh, waren okay. Aber jetzt nicht, dass ich das rufen kann. Genau. Eigentlich suche ich hier auch mal. Sie suchten Steine? Nee, eigentlich suchten Steine. Aber die wurden jetzt noch halt angeboten. Hätte ja auch klappen können. Hätte auch schön sein können. Aber die waren erstens alle stark verschmutzt. Muss man mal sagen. Gut, reinigen ist kein Problem von so einem Dingern. Alles, was Salz ist, löst sich halt auch von Michel Spüler. Der Rest bleibt. Vielleicht wird es auch stumpf. Keine Ahnung. Muss man halt echt ein bisschen nachlesen. Natürlich, es ist schon machbar. Aber natürlich auch aufwendig. Und diese... Aber es waren halt auch viele einfach nur Steine. Also der Typ war wahrscheinlich Gemologe oder so. Äh, oder wie nennt man sowas? Geologe fast schon. Ja, das ist gut. Weil jetzt waren ja nicht nur, nicht nur, nicht nur... Das waren ja echt Schieferplatten. Sand, Kalk. Pürit, was weiß ich. Äh, Granit, Quarz. Also alles so Sachen, die... Die man hier auch sammeln kann. Quasi. Ja, und daran hat man auch gemerkt, dass es jemand beruflich macht. Weil das nicht schön ist. Genau. Es waren keine dekorativen Stücke. Es waren einfach gesammelte Stücke mit Fundort-Beschreibung. Sozusagen auch... Diese Fläschchen waren ja auch. Ja... Kies... Diverse Kiesarten und... Nicht, dass wir versuchen. Oder was man sich so vorgestellt hat. Natürlich zwei, drei schöne Sachen waren auch mit dabei. Muss man mal dazu sagen. Wir gehen jetzt frühstücken, oder? Mhm. Frühstücken. Das macht man eigentlich nicht frühstücken. Die geht nicht frühstücken. Aber die wird dann frühstücken. Ja, Anouk ist krank. Gestern noch mal klettern gewesen. Super, alle Türen, alle toll. Und jetzt heute krank. Ja. Die hatten nur einen Tag abgestellten gehofft, mich nicht schönes zu müssen. Na gut, aber dafür hat sie sich noch zu fit angestellt. Ja. Ehrlich gesagt, kann sie ja auch nicht wegen jedem Wüsten zu Hause lassen. Die wurden ja auch schon leer. Ja, einige Sachen haben dann schon wieder gefehlt. Das ist so ganz typisch, leider. In diesem Auktionshaus, dass da auch öfter mal was verschwindet. Da gibt es ja nun schon Kameras und Leute, die aufpassen. Aber das ist natürlich auch müßig. Die laufen alle mit ihren Taschen durch und ihre Jacken und so wie wir halt auch. Im Grunde genommen. Und da ist natürlich schnell mal so ein Steinchen in die Tasche gesteckt. Oder wenn irgendwo ein, sagen wir mal, so was wie ein wertvoller Füller oder eine Uhr oder irgendwas noch in so einem Regal drin sein sollte. Da ist das ja natürlich mal schnell verschwunden in so einer Tasche. Nimmt man in die Hand, guckt sich an und packt es nicht zurück. Zack, weg. Dann aus. Ja, die soll sich jetzt ausruhen oder so ein Quatsch. Du bist klettersüchtig gerade ein bisschen. Das ist ein Hobby, ne? Das macht Spaß. Ja, das ist eben nicht seit gestern erst. Also tatsächlich macht es jetzt schon länger. Deswegen haben wir ja auch so jetzt Kletterausrüstung gekauft. Cool ist, dass es jetzt auch eins so in der Nähe ist. Da kann es immer so zwischendurch hingehen. Richtig. Und das kostet auch nicht viel Geld. Kostet schon, hier hat sie 7 Euro. Und ich meine, hier geht es ja nicht alleine. Weil das ist echt auch öde. Das kann ich auch verstehen. Wenn man zu zweit, dass du auch immer so ein bisschen guckt, ein bisschen dabei ist, dann sitzt dann gleich mal 14 Euro. Das ist natürlich auch Geld. Aber es ist okay. Deswegen denke ich ja, dass vielleicht so eine 10er Karte oder wenn sie wirklich so oft geht, dass sie unter der Woche kurz mal nach dem Ding nochmal hin geht, würde sich sogar eine Monatskarte lohnen. Bei dem Monatskarte kostet 35 Euro. Ja, schade eigentlich. Wie gesagt, nix dabei. Auch beim Goldschmuck reichlich Gold haben sie daher. Obwohl sie ein Nugget hat mir schon gefallen. Aber das ist aber nur so... Das ist nur Wertanlage. Wenn man sich so jetzt ein bisschen Geld hat und wegpacken will, guckst du so ein Nugget an. Naja, das ist keine große Wertigkeit außer natürlich ein bisschen Verarbeitung. Na klar. Ich werde den Lieferern gedrutschen. Auf alle Fälle. Die sollen jetzt mal überprüfen, ob sie überhaupt geliefert haben. Wenn sie gerne mal gewusst, ob das überhaupt wahr ist. Maris hat nämlich gestern für Göttingen bestellt. Mal zu essen aus Berlin für Göttingen. War sie nicht, sagt sie. War sie auch nicht. Bestimmt nicht. Ich bin da schon geschlafen. Ja. Während des Schlafs kannst du mal sehen, was da drin ist. Ich bin gespannt, wie das funktioniert. Lass dich mit Fingerabdruck und Face-ID ausnehmen und was bestellt. Naja, wenn ich das bestellt hätte, wäre es aber auch über meine Liefer... Aber kann der nicht überhaupt sein, so spät, dass sie überhaupt neue Liefer tragen? Naja, halb 10 ist ja jetzt nicht so spät. Aber an eine Verbraucherzentrale? Ja, vielleicht wohnt er da. In der Verbraucherzentrale. Ist einer, die rund um die Uhr arbeitet oder was? Ich weiß nicht, was das ist. Das sieht schon aus wie ein Bürogebäude, so ehrlich gesagt. Also eine Verbraucherzentrale kann das eigentlich auch nicht sein. Das ist ja Liebstahl. Das machen die ja nicht so. Deswegen schreibt da hin, wie gesagt. Also entweder irgendein Konto ist geknackt worden wahrscheinlich von uns. Und dann hätte ich das, wenn ich das ja bestellt hätte, über meinen Lieferanten Konto auch gehabt. Weißt du, was ich meine? Ja, ja eben. Ich hatte ja dann auch die E-Mail gekriegt, dass ich das bestellt habe oder so. Eben, das ist nicht von deinem Konto auf jeden Fall. Das ist total kurios. Das ist auch von meinem Geld abgebucht. Irgendjemand hat irgendwas bestellt. Ansonsten könnten wir ja auch einsehen, was. Wir würden ja mal wissen, was da jetzt bestellt wurde auf unsere Kosten. Ja. 26 Euro? Ist jetzt nicht so viel, aber ich dachte erst mal, du hast irgendwas bestellt. Bestellt. Aber und wo? Und wo wurde bestellt? Das können wir ja auch alles nicht einsehen. Also natürlich für Göttingen, wahrscheinlich in der Nähe von Göttingen. Du kannst ja nicht in Berlin bestellen, die liefern nach Göttingen. Also das ist nicht über meine Adresse gedauert. Das wäre ja interessant, auch mal zu wissen. Über mein Konto. Von welcher Seite? Von Lieferando denn? Na, kann es ja nicht sein. Dann hätten sie es über dein Konto gemacht. Das kann nicht bei Lieferando liegen, der Fehler. Tja, das müsste ein PayPal-Fehler gewesen sein, oder was? Ja, weil du wirst ja wahrscheinlich auch bei Lieferando. Wie ist denn das? Du wirst ja weitergeleitet. An PayPal. Oder an Badzahlungen kannst du ja auch machen. Also hat das mit Lieferando keine Schmerz zu tun. Ja, aber die müssen ja wissen, dass das gar nicht bezahlt wurde. Letztendlich. Na doch, von dir. Ja, aber ich würde das Geld ja wiederhören. Ich habe das nicht gekauft. Achso, kannst du ja den schon ankündigen. Dass das Geld definitiv zurückgezogen wird. Und dass sie mal ihre Zahladressen übergeben haben. Ich meine, gut, jetzt sind die ja vielleicht nicht eigentlich... Ja, das ist halt doof. Oder vielleicht denken auch so Leute, naja, 26 Euro fallen nicht so auf. Ja gut, aber... Und machen das immer wieder mal so in kleineren Beträgen. Ja, aber willst du ja immer nur eine Pizza gucken, wenn du so... Das ist doch der Aufwand ja nicht wert, ein Konto zu knacken, um sich eine Pizza zu kaufen. Ja, aber vielleicht... Quasi eine Pizza, vielleicht auch Moodle. Ja, wann wie jemand 100 Euro abgebrochen hätte ich... Das wäre mir eher aufgefallen, als wenn man vielleicht unter diesen ganzen Weihnachtsbestellungen... Aber wer jetzt nochmal... Wer knackt denn so ein Konto? Das ist ja auch eine gewisse Raffi-Tücke. Das ist ja... Und... Und zieht dann nur 26 Euro ab. Wer weiß, wie viel schon gelaufen ist. Aber nicht über Lieferando. 26 Euro im Bar auf dein Konto. Würde ich ja auch noch nachvollziehen. Dass einer halt irgendeinen... Irgendeinen Generator zu laufen hat, der halt sekündlich Accounts knackt und immer 26 Euro zieht. Sekündlich. Das würde ich ja noch verstehen. Aber doch nicht über Lieferando eine Pizza bestellen. Ich meine, wer soll denn... Wo soll sich denn das rentieren? Ich weiß das nicht. Na ja, gar nicht. Gut, ich habe keinen kriminellen Gedanken. Deswegen kann ich das nicht nachvollziehen. Ja, du hast aber auch immer genug mit Kriminellen zu tun. Dann kannst du das doch auch mal... Soll ich die fragen? Ja, genau. Mach doch mal so eine Frage-Antwort-Spiel. Ich arbeite mit Gewaltverbrechern, nicht mit Betrügern. Ja, ja, ja. Komm, was machst du denn dicken Otto los? Ja, ist aber so. Ich würde die mal fragen. Jungs, was haltet ihr für eine Geschäftsidee? Ich bestelle über ein fremdet Paypal-Konto bei Lieferando für 26 Euro. Oh, jetzt hängen die alle einen Vogel. Nee, da will ich doch nicht in den Knast sagen die sich. Ja, was tun denn drauf? Frau Müller, was ist denn mit ihr so groß? Sie fragt uns von den광en. Wieso? Hat sie Frühstück vorbereitet? Sie hat Hals und Kopf. Sie hat Hals und Kopf. Hals ist und Kopf fies. Oben unten. Also aber nicht richtig unten. Nicht richtig oben auch. Hals ist ja nicht... Aber Kopf schon. Aber so Kopf. Mein Gott, jetzt ist es schwierig. Sie hat oben und unten... Ja, deshalb ist das schwierig. jetzt nicht ganz oben und oben oder jetzt fast oben um fast oben um ich frage sie fieber weiß ich nicht in the morning hatte ich hatte du da schreibt einfach oder hatte du könnt ihr nicht telefonieren miteinander wenn sie schon wach ist. Ich frage sie jetzt ob sie Essen gekauft hat gestern. Ja cool, ihr seid live dabei, meine daughter. Anouk? Anouk? Ja? Hallo? Hallo kleiner Anus. Na bist du warm oder nicht? Anus. Na ja merkt man noch ob man Fieber hatte, man Schüttelfrost hat. Schüttel? Schüttelfrost habe ich nicht. Okay. Na gut. Das wäre auch eine Katastrophe, Schüttelfrost. Nuki, hast du gestern was zu essen bestellt oder irgendwo was bestellt? Nee, wieso sollte ich? Weil von meinem Konto Geld abgebucht wurde und für irgendwas bestellt ist, was ich nicht gekauft habe. Nee, habe ich nicht. Gestern. Gestern um 9 Uhr am Telefon. Abends. Achso, da war sie ja nicht, da war sie bei mir oben. Naja, ich weiß ja nicht, was über die Uhr gemacht wird. Ich bin oben geschlafen. Naja, mehr oder weniger. Am 9 Uhr haben wir noch diesen hässlichen Film geguckt, diesen komischen, ekelhaften. Ja, Familienausflug. Familienausflug mit Mutti. Oh Gott, das wäre fast. Na ja, egal. Tote Labern. Ja, okay. Da haben wir uns ja schon gedacht. Aber vielleicht haben wir da einen Fieber waren, weil der Film so schlecht war. Nee, haben wir nicht. Irgendwelche Tasten gedrückt. Tasten kommen, wie sie gedrückt, ja. Aber du hast auch nicht auf deinem Telefon, hast du nicht gedrückt und nicht gemacht. Nee, ich habe es doch nicht gelegt. Ja. Dann fehlt nur noch Lumen. Ja. Dann könnte man nur noch Lumen. Ja, oder die Kleinen, die hier über Anouks Handy immer spielen. Da hast du ja Skadi das Telefon gestern Abend. Nee, da hat sie auch schon geschlafen. Da habe ich es abgenommen. Aber das war noch nicht, das war nicht halb zehn. Nee. Nee, das war vorher. Also du kannst Skadi auch nicht gewesen sein. Das muss runter, du musst das deinstallieren da auf dem Telefon. Kann man machen. Oh, der läuft aus. Bankenservice, der Bankenservice läuft. Kommt da flessiert Geld raus? Wie bleibt ihr? Wir sind auf der Hermannstraße im Stau. Wie sieht es denn aus? Du bist ja auch nicht fit. Man kann ja mit dir jetzt nicht irgendwohin gehen, wa? Wo bin ich da? Ja, jetzt ist die große Frage. Ja. Ja, wir wollen was essen. Klettern gehen. Nein. Nein. Wann kann ich nicht. Ich dachte, bin ich tot. Sehr gute Entscheidung. Ah, du bist wirklich krank. Sie muss krank sein. Ja. Das muss krank sein. Ist der Beweis. Äh, nee, wir wollen was essen. Ich kann mich anziehen. Meine Hose liegt neben mir. Du, 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 du. Ist gesund. Doch kein Fieber. Ja. Wie fieberlich, äh, mein Hals tut es eben. Dann kannst du doch nicht essen. Ja, dann nimm doch Hustensaft vorher, bitte. Okay. Warte mal ganz kurz. Ja. Bist du noch da, Anouk? Anouk, bist du noch da? Ja. Ja. Okay. Ja, der Doktor hat den Gerufen von Scali, weißt du. Äh, wir haben ja viel zu tun. Ähm, genau. Also wir sind auf dem Rückweg. Zieh dich an, putz dir die Zähne und dann gucken wir mal. Aber wir stehen hier wirklich, das geht hier sehr schleppend voran. Also vielleicht eine Viertelstunde. Ja, das dauert. Deswegen mach dich in Ruhe fertig einfach. Ja, ganz in Ruhe. Ja? Okay. Bis gleich. Gut, bis dann. Ciao, ciao. Tschüss. Ciao. Und dann wohin? Also nicht wieder Dings. McDonalds? Nee. Nee. Kann das jetzt auch nicht mehr sehen. Ich meine, gut schnell hin oder her. Das ist ein Haus nie wert. Also, nee. Nee. Äh. Kaffee umsonst so nicht schlecht bei mir, aber? Ja, war gut, ja. Alles klar. Einfach neben sich. Früher war das immer gekostet. Früher war das immer lecker, da muss man sagen. Ja, da haben sie auch weg. Rötchen. Rötchen essen. Und Kuchen selbst gebacken immer. Das war ja diese, diese alte. Diese alte Dame, ja. Aber die ist schon lange, die ist schon Jahre. Ich glaube, leider verstorben. Ja, die ist schon lange leider. Die ist auf alle Fälle schon seit Jahren wenigstens immer Wohlstand. Aber das war immer eine schöne Atmosphäre. Eigentlich so ein bisschen schade. Es hat so ein bisschen nachgelassen da, wa? So, also so. Ja. Da sind halt auch viele neue Leute drin. Total. Deswegen da. Ich meine, die sind natürlich alle immer noch die Alten, die man kennt. Sind alle total nett und freuen sich immer, wenn man da ist. Ja. Schön euch zu sehen und so hin und her, aber... Ja, weil es eine Konstante ist, ne? Ach, Mann. Aber mein Schein gilt noch, siehst du, Gott sei Dank. Und ich habe 25 Euro abgegriffen. Siehst du, hat sie es gemacht. Wir haben sogar mehr als vorher. Äh, jetzt mehr in der Tasche als vorher, ja. Und ich habe einen Stuhl, Vitra Stuhl, halt die Chineser. Und was machst du mit dem? Naja, ich werde mich jetzt kümmern um jemanden, der mir den wirklich gut sattladen kann, vernünftig wieder. Oder... Oder ich muss... Ich muss halt... Eigentlich müssten wir mal ins Stilwerk fahren und gucken, wie die originalen Seemarkt sind. Ich kann mir dazu gar nicht vorstellen. Da ist 100 pro eine Leiste mit drin. Oder so. Das ist doch nicht einfach so. Da wird doch nicht einfach so Leder drin genäht. Und da wird doch ne... Da wird 100% wird das so wie... Weißt du, du hast diese Naht, da wird das geklemmt, gezogen und gepresst. Da hast du ja diese zwei, wie so eine Schiene. Und dazwischen kommt bestimmt nochmal eine Schiene. Wo das denn... Ja, das meinte ich ja. Wo die dann geschraubt wird. Ich dachte nämlich auch, dass das geschieht. Da kannst du doch nicht einfach nur so den Leder ins Leder rinnschrauben. Das Glas das rausrutscht. Das ist so ein Blödsinn, ey. Saugewicht. Ich hab mich schon gewundert über diesen Bezug. Ich dachte immer, jetzt bin so... Ich weiß nicht, wo ich nachher wahrscheinlich... Ich hab dich so komisch schön an der Zigarette gezogen, die Junkies gerade so. Schatz, wieder da... Da bildet wieder... Neuköllner Stadtbilder. Sekundenaufnahmen eigentlich. Verrückt, was hier so abgeht. Wir sind draußen. Komm raus. Eine kleine Maus. Schieß. Boah, kannst du nicht anstrengen. So, da sind wir. So, wohin? Kamera läuft. Kamera Action. Ich sehe nur noch die Zahladresse. Okay, unser Konto wurde jetzt wieder... Was? Nee, vom Paypal-Konto. Na ja, klar vom Konto letztlich. Aber es wurde ab und ich hab gedacht, hab halt irgendwas bei kleiner Zeit gekauft, was auch so ein kleiner Betrag ist, nur 26 Euro. Aber jetzt haben wir eben gerade vorhin... Also vorhin drüber gesprochen. Er so, hält nicht. Ich hab nichts gekauft. Ich hab eigentlich, was ich vorhin gesagt habe, war... Ich hab ein Schweißgerät übrigens gekauft. Und damit fing das an. Genau. Und Marlies meinte dann... Ja, hab ich gesehen, für 26 Euro. Da dachte ich mir, hä? Für 26 Euro ist jetzt ein bisschen übertrieben ein Schweißgerät. Kriegt man noch nicht für 26 Euro. Vielleicht ein Folien-Schweißgerät. Ich wusste ja nicht, was du da geholt hast. Nein, ich wollte einfach nur erzählen, weil jetzt steht ja schon ein Krauscher. Da steht ja schon da bei uns auf Grundstück. Ach so. Wollte eigentlich nur mal sagen, ach übrigens, ich hab auch mir ein Schweißgerät. Ja, aber siehst du gut. Weil sonst hätte ich das wahrscheinlich gar nicht weiter beachtet. Und da haben wir dann angefangen drüber zu reden. Und da kam dann raus, dass ich natürlich keine Pizza jetzt am Abend bestellt habe. Und dann hab ich geguckt, was war denn jetzt überhaupt für eine Suba? Dann hat sie gedacht, ich hab mir was zu essen bestellt. Nachts. Ich hab erstens noch nie was zu essen bestellt. Über Lieferando. Ich hab noch nie gemacht. Außerdem verstehst du das nicht. Ja, genau. Wie geht das überhaupt? So eine Unterstellung! Ich bestell mein Essen immer noch an einer, mit einer, an einer, wie sagt man? Durch Mund? An eine real existierende Person. Mit einer Kommunikation. Naja, mit der, mit der Art der Kommunikation. Und zwar nicht der Telekommunikation, sondern der Verbal-Kommunikation. Was haben wir jetzt denn gelernt für einen Begriff in diesem Mutti? Mutti-Film? Ach so, da war ich ja nicht dabei. Nein, aber Kacke. Verbal? Wie hieß es? Verbal? Verbal? Wie heißt die Krankheit? Was heißt denn Durchfall? Wer walt hier Röö? Loko Röö. Loko Röö. Genau, Loko Röö. Ansonstgespräch durchweist. Selbstverständlich, und sogar noch den nächsten an die Fangen. Aber hat hier auch Prisenbrecht gewonnen. Ja, ich habe auch Prisenbrecht geguckt. Oh, aber das war anstrengend. Prisenbrecht, ich muss sagen. Prisenbrecht war echt anstrengend. Aber ich habe auch in diesem Film, in diesem jetzt hier, den ich geguckt habe gestern, habe ich auch artig Furcht geholt immer. Immer wenn es irgendwelche sehen hat, die... Polyphrasie. Redesucht. Polyphrasie. Ja, Phrasen. Redesucht, Rededrang. Bezeichnet man den zwanghaften Drang eines Patienten, sich übermäßig verbal zu vermitteln. Und was habe ich? Gar nichts. Du bist einfach nur normal. Und was ist man schon, wenn man normal ist? Nicht. Quasi nicht existent. Die nicht existente Mitte ist. Wie so ein Schatten. Wir sind einfach nur normal. Wir haben... Nur links und rechts ist interessant. Und oben und unten und unten. Krankhafte Geschwätzigkeit. Na Geschwätzigkeit sei nur wieder was anderes. Das ist eine Schnatteritis auf jemandem. Das ist eine Schnatteritis. Das ist eine Schnatteritis. Polyphrasie, das hört sich sehr gut an. Ich habe gestern zweimal dieses runde Ding geschaffen. Was für ein rundes Ding? Wenn ohne Punkt und Komma reden zwanghaft ist. Das ist blaue. Das ist blaue. Was meinst du das runde Ding? Beim Klettern. Das, was ich die gezert habe. Das einzige Video. Das weiße. Das weiße? Ja. Das habe ich zweimal geschaffen. Ach so. Und wieder runter. Hoch. Und wieder runter. Und wieder runter. Ja. Aber das habe ich mir schon ein bisschen anziehen zu lassen. Aber das hat ja das mit der Kraft zu tun. Hoch ziehst du dich ja und runter musst du dich eben auch negativ. Und wenn du das kannst, hoch und runter klettern. Geil. Ah, Anouke schon kräftiert Mädchen, ey. Meine Güte. Und das trotz Schnattermals. Ich bin begeistert. Aber da war der einzige Raum, wo kein Nebel war. Nebel? Ja, wegen diesem ganzen Kalkums. Aber ist die Tasche gut? Ist die Tasche gut? Alles kommt drauf aus Berlin. Ist die Tasche gut? Manchmal kommt es durch. Manchmal kommt es durch. Da bricht es aus ihr heraus. Ja, die Tasche ist zu packen. Man hat so einzelne Wörter, genauso wie Kleene oder sowas. Na Kleene? Wie heißt du? Wer kennt es nicht? Wo kommt es her? Von Werne her? Notliney. Wie heißt du? Werne! So geil. Ich liebe es. Sätze die einen geprägt haben. Hier an der Straße habe ich meine Ausbildung gemacht. Da in dem gelben Haus. Du siehst, das ist eine Sackgasse. Das gelbe Haus sieht immer schön aus. Ja, das ist ein richtig schönes Haus. Und gegenüber der Praxis ist auch schön. Da war ich mit Papa denn, als ich ihn kennengelernt habe. Als sie frisch verliebt waren. Da sind wir hier um den See gelaufen. Und das war auch Winter. Das war Februar. Hast du dich auch irgendwo, Jan? Hast du dich mal irgendwo auch hier im Ding gemacht? Nee, das war in den Bügelbergern. Das war ein bisschen später. Da waren wir schon fest zusammen. Hier waren Papa und ich noch nicht zusammen. Da sind wir schon spazieren gegangen. Überall sind hier Erinnernisse. Was hast du gesehen gemacht? Erinnerung. Muss ich auch sagen. Papa hat den Ring wiedergefunden. Ja, hat er gemacht. Richtig. Aber mit was für Aufwand. Meine Güte. Und zwei Monate später. Ja. Ich war jeden Tag weit in diesem Bügelbergern. Das ging super. Zwei Monate später? Ich glaube der Weg genau. Der Schnee war schon weg. Das ist sowieso verrückt. Ich meine... Frühlingsblüher kam schon durch. Zack. Wie kann der so verschwinden, der Ring? Das kann man sich ja gar nicht vorstellen. Ich meine, ich habe ihn nur abgeschüttet. Ja, aber du hast so gemacht. Und genau das ist es. Und der ist dann so... Pfusch! Und dann ist der weg. Und im Schnee. Naja. Also wenn der jetzt nicht wirklich runter gedroppt wäre. Direkt. Aber du hast... Wir haben den... Keine Chance. Wie willst du den finden? Ich habe auch mal einen Mini-Golf, der bei Orange in einem Laubfeld verloren. Hat sich überhaupt nicht. Das ist der teuerste Ring, den ich glaube jemals... Zeitaufwandstechnisch und Geldaufwandstechnisch. Ja, den hast du auch nochmal abgegradet. Und dann abgegradet. Ja, aber das ist der teuerste Ring, den ich jemals 3,33er Gold gekocht habe. Da war ja nur ein Glasstein drin, Papa. Genau. Den hast du ihn gegen Diamanten austauschen lassen. Genau. Naja. Also hinterher. Weil der so viel Wert war uns, die Geschichte. Und dann habe ich gesagt, du musst ein richtig guter Diamant reinbringen. Richtig gute Qualität. Also brillant. Ja klar. Jetzt passt er mir auch nicht mehr. Genau. Jetzt kann Mama nicht mehr tragen. Irgendwann kriegst du den. Kann sie nicht verlieren. Der passt mir nicht mehr. Also nicht... Ich kriege den noch rauf, aber ich kriege den... Nicht mehr ab. Wenn man so dicke Finger hat, wenn es warm ist und so, dann passt das mir nicht mehr. Ich bin halt nicht mehr ganz so dünn wie vor 20 Jahren. Ah, echt? Du bist immer noch meine Traumfrau auf alle Fälle. Ja, ich bin nicht dick. Das möchte ich damit nicht sagen. Aber trotzdem... Du darfst mir das ja nicht sagen. Das habe ich ja auch nicht gesagt. Ist ja auch nicht so. Ich habe gesagt, das ist meine Traumfrau. Natürlich. Ich habe weder von dick geredet, noch von irgendetwas anderem. Also du von dich geredest. Na okay, Mama. 65 Kilo. Ich glaube, sie hat im Kopf irgendwie die falschen Gedanken. Meine Mutter. Ja. Ich sagte es gerade da hinten. Ich sagte so, du bist immer noch meine Traumfrau. Und sie sagt, nee, nee, ich bin immer nicht dick. Nee, nee, was erzählst du? Ich bin nicht dick. Die hat immer das falsche. Für zwei, drei Stunden war ich jeden Tag da. So, dann steckt Geld drin, weil ich noch ein Metallsucherät gekauft habe. Nee, stimmt. Dafür extra, nur für diesen Ring. Das war ja schon 300 Euro damals. Ja, der war nicht bellig. Haben wir den immer noch? Ja. Ja, den haben wir noch. Das ist doch der, mit dem wir da unterwegs waren. Das habe ich ja nur dafür gekauft, nur für diesen Ring. Und dann steckt natürlich noch das Upgrade drin. Der neue Diamant. Das ist jetzt auch nicht so doll, aber... Und ich glaube, es musste auch diese... Nee, ich glaube, ich habe diesen Glasstein auch verloren. Genau, den hast du denn später, hast du diesen Glasstein verloren. Und dann musste... Da musste auch diese eine, ich glaube, wie nennt man diese... Diese Krampe musste erneuert werden. Ja klar. Ich glaube, eine hat gefehlt. Die war weggebrochen dann. Also weggeschliffen. Oder weggeschliffen. Oder weggeschliffen. Oder weggeschliffen. Nein, ist sie nicht. Das ist ja eine wunderhübsche Frau. Nee, ich bin nicht dick. Was Männer sagen, was Frauen verstehen. Youtube-Video. Ich bin da. Wer noch? Achso, ich bin ja schon. Also, bis dann. Jetzt etwas mal was zu essen. Was schönes, leckeres hier. Falls die Kamera überhaupt noch läuft. Mal gucken. Eine Stunde, vier. Sie läuft noch. Mama ist schon weg? Ja. Das hat schon bestellt. Jetzt haben wir was essen. Und dann sind wir wieder da. Und dann geht dieser ganze Quatsch weiter. Oh Gott, das wild. Ja. Ich weiß ja nicht, ob das überhaupt jemand sehen will. Das ist so langweilig. Ich weiß nicht, ich muss mir das ja nochmal ansprechen. Unsern Stream? Oh nee. We can do Shorts. No, we don't. Wir können do Shorts, aber das muss dann Anouk schneiden. Weil ich hab kein... Ich bin ein Profi mit Shorts. I have CapCut. CapCut. Da kann man ein Video schneiden. Ja, aber von der GoPro? Achso, nee. Ihm nicht. Aber Shorts kann das auch machen. Auch beim Handy. GoPro hat Quick Mix oder so. Der neue Quick Mix ist da. Okay. Ciao.